Wie dann? Da ist alles full. Ich zeig euch. Wenn ihr auf Prisons und auf der Hof zieht. Ich wegel das da. Komm, wir müssen ja weg, auf dem schönsten. Da. Schade. Er ist so 1. Ich muss dir weg, tut mir leid. Ja dann. Er hätte nur noch einen Strichstück, schade. Wo soll ich standen, wenn er es? Nein! Das war's. Das war's. Das war's. Ich mache euch so wie es ist. In Season 6 ist sie immer noch eine Bombe. Also ich habe die wirklich nur einen Tag gespielt. Und diesen einen Tag hatte ich super viel Spaß. So an dieser Stelle. Falls du mich noch nicht abonniert hast. Abonnier mich. Abonnier mich. Abonnier mich. Du machst aber nichts falsch. Ich bring dich weiter. Ich bring dir geile Vlogs. Also. Falls du mich nicht abonnierst. Auch nicht schlimm. Weil sagen wir. Ich krieg 5 mal einen ein. Irgendwann kriege ich dieses Ja. Und dann drückt dieserjenige auf diesen Abonnieren Button. Und dann bin ich weiter. Was schießt du? Also. Bist du ein Gönner? Gibst du mir ein Ja. Bist du kein Gönner? Gibst du mir ein Nein. So einfach ist das. Viel Spaß mit diesem Video. Boah. Und meine Treppe ist. Ins andere Haus zu zerstören. Bist du unten? Ich glaube er ist wieder hoch. Und mit zweiten Burschen? Bächen? Einer ist auf dem Haus. Ja. Ich hab ihn noch. Hey Digga. Schreibst du halt da? Ja deswegen. Geht selber leise. Boah. Hast du bekommen? Deine Mates sind auch unten. Du bist so ein Hacker Junge. Hetzt mir kurz Platte. Ach da. Unten rein. Also hier unten. Die. Die. Oder ich. Ganz einfach. Ganz einfach. Ich muss noch fallen kommen. Warum? Ich hab mir so gewinnig. Warum wollte ich ihn holen kommen ey. Warum wollte ich ihn holen kommen ey. Safe oder? Hättest du nicht sagen. Ne ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Ne ne ne. Daunten ist niemand. Daunten sind zwei drei Leute. Life King auf einen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Junge ich bin ne Maschine Digga. Oho. 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 Das ist ein einfaches Schritt. Das ist ein einfaches Schritt. Wirklich. 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 Das soll ich sagen. Oh mein Gott. Stark. Ich wäre schon zehnmal tot gewesen. Obwohl ich genau. Obwohl ich genauso spiel. Ich bin die Pilote. Digga was hat das denn. Die sind zu dritt im Turm Leute. Zu dritt. Hat keiner Cluster oder so? Ne. Einfach besser Digga. Was soll ich sagen. Wirklich. Der Play hat gemundelt. Hier liegt es vorweg. Aber ist egal. Die können den scheiß loadout. Jetzt gönne ich euch noch den. Auf korrekt oder was. Nein. Direkt vor mir ab du Scheiße. Geil. Ich habe so eine deutsche geile Reaction. Er schreit. Nein. Zu wild. Da. Bei mir. Ich schalke Drohne. Anna ist bei mir. Ich schalke Drohne. Anna ist auf dem Dach gelandet. Also im Haus wo der Turm ist. Zwei unten. Die haben Haus gewechselt. Die sind bei uns. Äh. Fast bei Low-Rod. Äh. Low-Rod Haus. Das ist nicht bezahlt. Er holt mich. Du kleine Missgeburt. Aber haben die gut gecall-outed Ich hab's hier bei uns zwei Andere nachseite gelandet Das ist noch ein Arbus, da sind zwei Einer hat auf mich geschossen, er ist da gelandet Einer ist runtergesprungen jetzt Die müssen kommen wegen links Nein, 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 bleib da, bleib da auf Prison Achso, ich wär hochgegangen, muss ich Ach, hier Wo? Ich hab's halt einfach Lauf mal rechts rum komplett Oh, die schießen auf mich Hast du einen Platten noch? Ich hab keine Ja, warte, ich glaub kein Hier ist noch Moni Einer bist du am Kämpfen Ja, das ist so ein scheiß Sniper Vorne? Blauhaus, oder was? Ja, ja Liegt der da vorm Fenster? Ah, scheiße, Alter Ich hab auch von Prezi gewählt Ich hab auch von Prezi gewählt Wie spiele ich die AK-47 Tatsächlich kennt ihr die Klasse Äh, tatsächlich kennt ihr die Klasse schon Ich hab sie in Season 5 Genauso gespielt wie in Season 6 Und ich finde Diese Waffe ist immer noch der absolute Laser Ähm, und zwar ist die AK-47 Die Close-Range Variante davon Und die spiele ich Gro, Mundungsfeuerdarm, Vermündung Ähm, Visier, Mikroflex, LED-Visier Wie gesagt, Close-Range Variante KGW-Skelettschaft Gro, Elastik-Umwicklung Äh, bei Griff Und Magazin Das 45-Schuss-Magazin Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Das, äh, Bac-Elite-60-Schuss, äh, Magazin zocken Allerdings wäre es dann nicht Die Close-Range Variante Weil sie da nicht so schnell Reinskogen Also ich würde das 45-Schuss-Magazin auf jeden Fall Schon spielen Und ja Ich hoffe, das Video hat dir gefallen Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Spiel die Waffe auf jeden Fall Weil die knallt wirklich alles weg Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal